Da, ne, gehst du mal auf deinen Link. Äh, ja. Guck mal, ich zeige dir, wie du das Spiel starten musst. Ja, ist gut. Jetzt drückt man auf spielen. Huh? Hm? Jetzt kommt da Verbindungsproblem, da musst du dann einmal auf OK drücken. Und jetzt musst du einmal Enter drücken. Und schon bist du drin. Hehehe. Gott, die Bois, ah, Connecting to Outland Service.5.2. In der Sendung ist auch der Ladebildschirm kommt. Komm, dann nimm ich. Ah, ja, was? Es geht einfach. Ah, es geht einfach. Mir geht es nicht. Einfach, gong. Ladebildschirmes Arsch und kommen, oder? Dass ich direkt wieder rufgekommen. Was macht dein Javelin? Connecting. Connection Problem, okay. Aber... Aber weiter geht's nicht mehr. Da kommt nix mehr. Da kommt nix mehr. Da kommt nix mehr. Hinter. Noch im Ohr. Ladebildschirm. Bleib nicht Ladebildschirm. Das war vorher naschenbasiert. Alles war TOD. Erst da geht's nicht mehr. Da lang will mal in derLAN側 sein. Das gab es nicht mehr. Vielen Dank. Ich bin jetzt drin, und jetzt? So, ich kann auch mal versuchen, ob da was passiert, weiß ich nicht. Ich hab J getrickt zum annehmen, aber stattdessen ist mir eine Questlog aufgegangen. Oder was auch immer, das ist, ne, keine Ahnung, die Journal. Jetzt hat man jetzt so beides erst mal nix. Ja, du bist jetzt weiß ich schon, aber ja. Ich kann nix bei dir machen. Wie heißt man das? Ich kann bei dir wählen machen. Bei dir steht er nicht bereit. What? Ich bin ein großer Net. Out of suit, ja. Esquad, mir sind anscheinend. Ich bin verwirrt. Raus. Matthias. Und, Matthias. Matthias? Aktionen. Aktionen. Ah, Schmiede, da kann man wahrscheinlich sein Ding, seine Maschine wechseln. Aktionen. 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 Das Dominion ist im Anmarsch. Und dieser Javelin wird ihre Fähigkeit verbessern, schnell zuschlagen zu können. Es ist klar zu erkennen, dass ihre Kampffähigkeiten sich verbessern. Danke. Der Interceptor ist nichts für Neuling. Deshalb haben wir etwas abgewartet, um ihn Ihnen vorzustellen. Corvus hat diesen Anzug entwickelt, damit unsere Agenten schnell zuschlagen und noch schneller wieder verschwinden können. Dieser Javelin ist wendiger als alles, was ihnen bisher unterge... Er ist in der A-Zuchung gestiegen und wird sofort los. Er ist in der A-Zuchung gestiegen und wird sofort los. Der Interceptor ist in der A-Zuchung gestiegen. Er ist in der A-Zuchung gestiegen. Er ist in der A-Zuchung gestiegen. Songholz oder Freeplay Ja, ja, ja Ja Und Mache ich denn jetzt was? Oh Jetzt kommt einfach ein Ladebildschirm Oh Ey, bei dir steht immer noch, dass du nicht bereit wirst Ja, aber jetzt kommt ein Ladebildschirm Während ich geguckt habe, was ich doch klicken soll Ich bin wieder am Anfang, we have lost connection Finds the manifold for Matthias Ich glaube, ich muss aber noch einmal an das Ding laufen Wie sagt man dann? Net of Deutsch Das Spiel Ähm Dein Ad Ja, hallo Ah da, Display Settings Pfff Hä? Fixtuality-Handsets Hä? Generic PNP-Monitor Das stimmt nicht, wenn er Hä? Äh Neust Ne, Alter Äh 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 Ä Ä Ä Ä Ja, wie bist denn du eigentlich gerade? Du auch, guckst du nicht auf deine Bildschirme oder was? Ja. So, ich strick jetzt doch wieder F an dem A zu. Ah jo. Bei mir steht immer noch, ich weiß nicht ob das normal ist. Du bist bei mir im Team, aber nicht bereit. Kann ich da wieder Enter? Du verstehst du, die Gruppe ist so kaputt jetzt. T-Aktionen? Aus Team entfernen. Na, ich bin rausgeschmissen worden. Ins Team einladen. Ist nicht gegangen, ne? Ist niemals gegangen. Was passiert? Oh, leute Bildschirm. Ohhhh. Was ist denn bei mir? Ohne Scheiß, ich hab die Maus an der Tastatur nicht berührt gerade. Leute Bildschirm. Jetzt bin ich gleich wieder raus und muss wieder an der A-Zug laufen. Aber das macht sich. Das kapier ich nicht. Irgendwie glaube ich, dass da Internet als Quats weg ist und dass es deshalb passiert, das wird ja das mit D3 erklären. Gibt's du nicht. Oh, ne, jetzt ist das ganz kaputt. Jetzt gucke ich wieder das Menü an. Ja. Ja, wieder kurz ein Ladebildschirm. Hm. Ja. Ja. Schon während dem Ladebildschirm. Error. Error. Und jetzt kommt die ganze Zeit. Error. Error. Während das Bioware Logo wiederkommt. Also. Okay. Äh. Ja. Vielleicht geht's noch nicht. Vielleicht geht's erst um 18 Uhr. Ich starte jetzt einfach mal die Mission. Vielleicht geht das ja gar nicht. Geht einfach nur das Hauptmenü. Äh. 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 Wie startet man das? Warum ist der Startenbutton ausgegraut? Äh. Starten. Äh. 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 Wir haben Meldung über Scar-Aktivitäten erhalten. Sei vorsichtig. Sind wir schon da? Was denkst du? Entschuldige, aber ich kann einfach nicht anders. Ich bin vielleicht der erste Ackernist seit Jahren. Der eine ist entdeckt. Ich habe schon über potenzielle Anwendungsmöglichkeiten der Mannigfalt nachgedacht und dann konzentriere dich noch weiterhin darauf und am besten leise. Ja, Error, 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 Error. Es geht nicht weiter rein. Die Tür ist versperrt. Aber wir haben eine merkwürdig aussehende Vorrichtung gefunden. Sieht nicht aus, als wäre es von den Gestaltern erschaffen worden. Ich empfange nichts. Hörst du das? Wer ist das? Dominion. Das hätte ich mir denken können. Ich habe gehört, Sie besitzen ein Gerät, mit dem Sie Gestalterkonstrukte beherrschen können. Die mysteriöse Kiste. Könnten wir sie nutzen? Dazu müssten wir wissen, wie man sie aktiviert. In der Nähe ist ein Dominion-Lager. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis. Ja, ist es Gong oder nicht? Ach ja. Oh, klasse. Ja, ist schon sehr interessant. Bei mir? Äh, schon mal nett. Ander, Error, nicht normal. Voll jetzt. Was macht das Dominion hier? Woher wussten Sie von? Was hast du getan? Ich habe einem Kollegen von der Akademie eine Nachricht geschickt, darüber, was ich rausgefunden habe. Dann wurde sie also abgefangen. Gute Arbeit. Und jetzt lass uns rausfinden, was das Dominion über die Ruine und die Mannigfalt weiß. Ich sehe mich nach Hinweisen um. Ich sehe mich nach Hinweisen um. Ein Archiv. Mal sehen. Zugang mit Version vom Gerät des Monitors verschafft. Ein Soldat hatte Kammer betreten, ehe die Tür sich schloss. Kommando zur Bereitschaft gegeben, bis eine Durchsuchung abgeschlossen ist. Beide Signer wurden zur Verwahrung zurück ins Lager gebracht. Speer erlag auf dem Weg nach draußen ihren Verletzungen. Wir haben sie zurückgelassen. Keine Meldung vom Soldaten im Inneren der Ruine. Jetzt wissen wir, was wir brauchen. Zwei spezielle Dominion-Signal. Ich schicke dir die Koordinaten von Dominion-Lagern in der Umgebung. Wann diesmal ist es gang ohne Fehlermeldung? Ich schicke dir die Koordinaten von Dominion-Lagern in der Umgebung. Ich schicke dir die Koordinaten von Dominion-Lagern in der Umgebung. Ich schicke dir die Koordinaten von Dominion-Lagern in der Umgebung. Aber jetzt sieht es irgendwie so aus, als kannst du eventuell die Ehe Jo, zum annehmen der Anleihe Oh, was ist das? Tutorial Cortex? Was ist das? Hä? Kann ich nur Ranger schneller? Ähm Weiß nicht? Ich kann alle 4 nehmen Äh, und jetzt bin ich irgendwie Kommen wir mit zurück Bin ich bei dir nicht dort? Ja Alter, alle, das ist so dumm Ach ja, da bist du nicht ready Was macht ein Javelin? Muss ich meine Maschinen wieder auswählen Ich bin der Stadt gespawnt Und man läuft mit MKMH Obwohl sie gesagt haben, sie machen es schneller Ja Ja, Expedition Steht du gleich, ja, bereit, muss ich drücken Ja Ja Ja, eventuell ohne Air-Trick Launching Oh Das habe ich eher gemacht, da hatte ich nur eine Ja Dann habe ich nur eine Wetter und wahrscheinlich dabei bleibe Hä? Ja Also ich Ich gucke gerade wieder auf die Map, ist das normal? Ja, ich auch Ist das normal? Matchmaking Ich gucke mal, wenn es läuft Jojo Klasse Kann man sich nie die FPS auszuhalten? Also ich glaube es liegt Der Sound ist so tief, dass er im TS nicht durchgeht. Er dauert mal jetzt nur, wenn ich was sah. Ja, hier ist es im Hintergrund, wenn ich was sah. Ja. Wir haben Meldung über SCAR-Aktivitäten erhalten. Sei vorsichtig. Also. Sind wir schon da? Was denkst du? Entschuldige. Geht los, Bernhard, geht los. Jetzt geht's los. Das ist Punk-Blaster. Das ist da, der Punk-Blaster. Ich habe alle potenzielle Anwendungsmöglichkeiten. Wenn man nicht weit nachgedacht. Kannst du machen? Wie flieh ich denn? Ah, Steuerung. Hä? Wie flieh ich denn, Bernhard? Schiff. Rennen wir, der Sprint ist wie ein Ochs. Und kann doppeltjumpen. Nein, pupsen und dann schifftrinken. So. Ah, alter. Ich tat irgendwas ab. Bye, Bern. Nächter Profi. Das war ab, weil ich gezeigt habe. Wir hatten null Chances overheated. Es geht nicht weiter rein. Die Tür ist versperrt. Aber wir haben eine notwürdig aussehende Vorrichtung gefunden. Sieht nicht aus, als wäre es von den Gestaltern erschaffen worden. Ich mach mal. Wir machen nichts. Okay. Brav, brich brav. Kuckuckuckuck. Brav, brav. Kuckuckuckuck. Punk-Blaster. Halt, du bist wieder raus. Ja, eigentlich bin ich tot. Das hat man müssen durften, die Quest machen. Was dann? Mit der Retter, wo es ein Bote leidet. So leidet gar keine. Zählt für alle. Oh, die sitzt weg, oder was? Ja. Müssen wir da irgendwas abtatteln. Dann haben wir es endlich durch. Hallo. Hallo, ich bin mit dabei. Ja, servus auch. Oh, das ist doch möglich, der ist genau hier trackt. So, das ist hier. Ja, ja. Ganz heiß. Ja, ich bin im Ladebildschirm. Hä, was war ein Ladebildschirm? Bisher war das schnell. Jackpack, Jetpack 3. Oh, ich bin der Bannert. Das ist so schwierig, gar wissen Sie es. Der Ton ist nicht. Ich habe keinen Ton mehr. Hallo. Ich bin nie gehört, glaube ich auch. Ich gehe den Ton weg. Das ist schnell. Ich bin der Bannert. Brunst, der Brunst, der Brunst. Das ist der da Brunst. Dominion Ash Valkyrie. Getreed, getreedet. Was ist ein X? Gute Arbeit. Und jetzt lass uns rausfinden, was das Dominion über die Ruine und die Mannigfalt weiß. Ich sehe mich nach Hinweisen um. Mein Ton ist weg. Warum ist mein Ton weg, meine? Dein Ton auch weg. Mal sehen. Nein. Nein, nein, mein Ton ist weg. Ein Soldat hatte Körbetrieb. Sein geht, der Ton. Kommando zur Bereitschaft gegeben, bis eine Durchsuchung abgeschlossen ist. Beide Signer wurden zur Verwahrung zurück ins Lager gebracht. Speer erlag auf dem Weg nach draußen ihren Verletzungen. Wir haben sie zurückgelassen. Jeder denkt, Alter, wie du aussiehst. Du hast ihn ausgepresst, Alter. Ja, Alter. Zwei spezielle Dominion-Segner. Ich schicke dir die Koordinaten vor dem Lager in der Umgebung. Schraube, schraube, schraube. Schraube. Oder was? Ich schicke dir die Koordinaten. Nee. Schraube. Respawn-restricted Area Panet. Ich muss halt was, also... Das, 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 das. Das, 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 das. Das, 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 das. Und hat einen ohne Ton, mit Ton wäre das ein bisschen geiler Äh, doch, Granate ins Gesicht Was denn das ist? Da ist ein rotes Puls, da ist er War du da? Ja, ja, ist geil, ey, scheiße Was ist denn hier, da ist noch ein Punkplaster Noch ein Punkplaster Ja, auskürtelst, na, klasse Ich hab einen tollen Handkasten rausgeschlagen, klasse Stark, stark, stark Hey Twist, 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 twist Twisten Brutheb Wohin kannst du denn aus dem Bett? Blein, klasse Ich denke, das ist das schnellste für alle Kinder, die gern Iron Man werden Wär gern Iron Man Warum wärst er gern Iron Man? Der ist ein Milliardär Wär er nicht gern Skate Er ist auch ein Mensch Wer nicht Ich hab die Hälfte vom Ersten geguckt Er ist ein Mensch Ja, ich hab die Hälfte vom Ersten geguckt Irgendwann ist es dann einfach zu dumm geworden Da sind die sich gehsartig nachgeflohen und haben sich so hart auf die Maske gebumpft Und alles ist kaputt schon, außerdem Das war aber nicht die Hälfte vom Ersten Sondern? Das könnte jetzt ENS 2 oder 3 sein Wenn es der ENSer war, muss es am Schluss gewusst sein Ja, der Schluss ist ja Wenn die Hilfe vorbei ist, geht der Schluss los Ich weiß genau was du gerade denkst Bock auf Rift Ja 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 Ja, das denk ich echt Bei mir ne Das hat dann kontinuierlich irgendwelche Funken durchs Bildschirm Ja, bei mir auch Egal ob ich in der Höhle bin oder nicht Hahaha Ich hab keine Toren EA Games Halt Vortrag Du interakt Wollt F Du interakt Lass er So weit hab ich noch nie gespielt Aber wir müssen die Sicherheitsmaßnahmen des Dominion drumherum loswerden Ich werde das Schmiss nicht erschlüsselt Oh, aber vorabstellt hast du schon Ja Ist halt ein gutes Spiel Oh Oh Das war's für heute. Das hat gut gerade gepasst. Danke, ich hab nämlich keinen Ton. Wenn wir echt einen Ton machen. Das kann es nicht. So, schnell geht los. Ah, du hast doch rumgeteilt. Oh, weg. Klasse. Alle Monster sind einfach weg. Plötzlich. Hallo? Ja. Hallo. Hallo? Oh ja, das ist ein Kotz-Gum-Wanns wieder weg. Wen ist was? Outlaw. Das ist ein sogenannter Fifa-Fan. Fan. Oh, lade Bildschirm. Fan hat, lade Bildschirm. Alter, mit dem da. Was ist da rein? Ah, lade. Mal Klass. Was ist los? Hat der Mal Klass? Hä? Hat der Mal Klass? Nein. Was ist Mal Klass? Ranger. Die Funke sind wieder da und der Tor ist an, ist noch nicht da. Die Funke war noch nie weg. Ach so, ja, das kann Sinn. Ich bin jetzt wieder aufgefallen. Ich war jetzt einfach nur irgendwann der Schätel ab. Mal zu nerven. So. Ja, und jetzt? Ich hab noch ein Signum gefunden. Ebenfalls gesichert. Ich beginne mit der Schimpel. Okay. Frank Blaster. Läuft das bei dir? Was dann? Das Spiel. So. Läuft bei mir nicht. Läuft bei mir nicht. Ich habe beide Signer. Hoffen wir, dass es klappt. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Geh zurück zur Ruine und versuch, die Tür zu öffnen. Geh zurück zur Ruine und versuch, die Tür zu öffnen, die Tür zu öffnen, die Tür zu öffnen, die Tür zu öffnen, die Tür zu öffnen. Die Tür zu öffnen, die Tür zu öffnen, die Tür zu öffnen. Dann wieder öffnen, die Tür zu öffnen, die Tür zu öffnen, die Tür zu öffnen, können, wie es das aussieht. Die drei Dominion-Soldaten, die in dieser Kammer eingesperrt waren, verhehlten sich merkwürdig. Sie wirkten verwirrt, aber genug davon. Wir sollten weitermachen und herausfinden, wie wir zur Mannigfall kommen. Ich habe die Mannigfall gefunden, aber sie wird von einer Art Barriere geschützt. Sie ist zu irgendeinem Zweck mit der ganzen Gestalterstruktur verbunden. Du musst die Verbindung unterbrechen, bevor die Mannigfall entfernt werden kann. Die Barriere ist weg, sei bloß vorsichtig. Wir mussten es alle drei gleichzeitig machen, glaube ich. Klasse. Ich habe es einfach zu fortgedrückt. Ja, ja, immer und immer wieder. Locked hat. Nicht nett, ich habe es nur einmal gedrückt. Ja, ich habe es nur gedrückt. Jawoll. Was ist das? Ah? Hallo? Hallo? Kehrt ein Ladebildschirm dazu? Ja. Jetzt gibt es einen D3, nicht? Da hast du ein Ladebildschirm, du wirst schon einen innen innen ballern. Das ist halt ein Unfug, ein Ladebildschirm zu machen. Macht keinen Spass. Fertig. Durch. Ich bin rausgeflogen. Tschüss. 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 Alla dann. Ich bin halt schon stark. Ich bin nicht nur Platzends DJ. Äh. Ja? Ist beim Nervani a Party? Äh. Ich habe eigentlich nicht verrottet, aber ja. Scheiße. Er hat mich eingeladen, weil wir ja bekanntlich beste Freunde sind. Aber er hat gesagt, ich will ja nicht haben, wir beleidigen dich immer so doll im Holz. Ich spiele gar keine Hotze. Ähm. Ja? Ich spiele gar keine Hotze. Das mit ähm. Mit D&D jetzt als. Und hat es nochmal startgefahren? Wir wollten zocken, aber der Lala hat ausnahmsweise abgesagt. Ah. Bei Kira ist es nicht gut gegangen. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir nochmal D&D spielen. Also der Lala hat auf jeden Fall saubock. Ähm. Geib hat Bock. Die hat Bock. Also. So ist es nicht. Aber es wird zu gut. Ja, ja. Glaub ich. Dass die Spiele äh. Ich bin. Vor allem beim Geib. Geib rafft es halt auch überhaupt nicht. Was denn? Ah ja. Warum das passiert ist. Was? Einfach anderes des. Ja. Wie was heißt er rafft es nicht? Natürlich rafft es, oder? Also ich meine er hat es ja auch. Oh. Warum? Oder. Hab ich was für was? Er versteht es hier nicht. Vielleicht muss ich es so umformulieren. Ah so. Ja. Ja. Jetzt bin ich an Bord. Ähm. Ich hab mich ja mal beworben. Vielleicht. Kann ich mal wieder hin. Ja, sag uns dann wie es ist. Hahaha. Einfach vor allem ist er aber auch nett drauf hingegangen. Das ist halt auch schlau. Ja das ist auch so witzig. Dass er halt einfach immer noch im Teamspeak drin ist. Aber er einfach nichts mehr sagt. Ja du meinst in der Gruppe. In der WhatsApp-Gruppe, Mensch. Ja jo. Er hat einfach nichts mehr gesagt. Wie wenn... Ich weiß nicht. Jemand anderes gemeint ist oder so. Ja. Komm mir einfach nicht drauf klar. Dass er sich halt einfach benemmt wie... Also... Da haben wir mal nicht unbedingt so im Alter entsprechend. Formulieren wir es mal so. Ja.